Eins ist natürlich dumm, wenn ganz Swellview schnallt, dass Kid Danger sich den Arm gebrochen hat und Henry Danger dann auf einmal mit gebrochenem Arm rumläuft, dann kann jeder Trottel zwei und zwei zusammenzählen und weiß, dass er Kid Danger ist. Nein, keine Sorge. Ich glaub nicht, dass jemand zwei und zwei zusammen... Ich hab zwei und zwei zusammengezählt. Seht ihr? Okay, wir geben Henry einen von den Fake-Armen. Den Gips werden wir unter diesem Pulli verstecken aus der Zeit, als Ray noch Pferde geliebt hat. Oh ja, ich bin Rennen mit ihnen gelaufen, aber sie waren schneller. Okay, ich hab hier ein paar Arme für dich, aber wir müssen natürlich genau den richtigen finden. Und deswegen... Falsche Arme-Modenschau! Super! Gefällt mir. Klasse. Na super. Ich hab gedacht, das wird länger dauern. Ich auch. Aber was soll's, manchmal passt schon der erste Arm. Tja, der erste passt. Ja, es ist auch der erste Arm. Geh durch. Hyper, was machst du hier? Checken, wer einen gebrochenen Arm hat. Oh, äh, tja, ich, ähm... Bei dir ist alles gut, also geh durch. Und zieh dir bitte was anderes an, es wird mal wieder Zeit-Cowboy. Meine Güte. Was tun die hier? Ah, oh, hallo, guten Morgen, alter Jüngling. Äh, äh, ja, guten Morgen. Also ich kann das nicht. Was habt ihr denn vor? Oh, wir haben folgenden Plan. Du wirst dich auf die Treppe stellen, wir werfen einen Basketball zu dir, der trifft deinen Fake-Arm und du tust so, als wäre er gebrochen. Was zur Hölle ist denn hier bitte los, Leute? Wir sind die Swell-Viewer-Katapult-Gesellschaft. Das stimmt, wir sind die Katapultierer. Würden Sie bitte woanders katapultieren? Die Schüler müssen in die Klassen und den Lehrern weismachen, dass sie ihnen auch zuhören. Wollen Sie einen Basketball schleudern? Natürlich, aus dem Weg mit Ihnen. Ah, das ist aber kompliziert. Ach, sei still, Leonardo. Ich hab Trebuchets schon oft im Unterricht benutzt. Naja, aber Sie sollten vielleicht vorher noch... Feuer frei im Flur! Ich bin nie hier gewesen! Geht's wieder? Nein, 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 Vorsicht! Charlotte hat mir meinen echten Arm rausgerissen. Da, seht mal! Wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich einen Gips tragen. Der Arm ist falsch! Das ist ein Fake-Arm! Der ist nicht echt! Was? Wieso hast du einen Fake-Arm? Und was versteckst du da? Oh, hey, Peiper, ich versteck überhaupt nichts! Mit dir stimmt noch was nicht! Oh! Hey, du hast ja einen gebrochenen Arm! Das gibt's doch nicht! Oh Mann, Henry Hart ist Kid Danger! Wenn das wirklich ist, mein Bruder ist Kid Danger! Aber mein Bruder ist doof! Dann ist Kid Danger auch doof! Aber ich liebe Kid Danger! Das heißt, ich liebe meinen Bruder! Ich komm mit einer Antwort zurück! Hier so einige Spekulationen! Weil ich einen gebrochenen Arm hab, haltet ihr mich für Kid Danger! Ja, das können wir! Aber tut mir leid, ich bin nicht Kid Danger! Aber ich... Aber ich... Ich, äh... Also... Ich, äh... Ich bin der Typ vom Spielplatz! Ach, dann bist du also Kid Danger! Und der Spielplatz-Kacker? Was? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein! Ich bin nur... Der Kacker vom Spielplatz! Gut, so das ist witzig! Beweise! 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 Also ihr seht mich hier... Auf dem Überwachungsvideo! Und was ich da mache, tue ich mit sehr großer Leidenschaft! Zeitlich erfasst! Der Beweis! Denn genau zur selben Zeit wurde Kid Danger... Wer auch immer das ist... Der Arm gebrochen! Und zwar von Dr. Karate! Und ich war... Auf dem Spielplatz! Geschäft gemacht? Ja, Melvin, genau! Geschäft gemacht! Warte! Wie hast du dir den Arm gebrochen? Oh! Ja! Gute Frage! Tja, wie ich mir den Arm gebrochen habe! Ja, also... Als ich mein Geschäft gemacht habe... ...rutschte ich aus! Kapiert? Auf dem Haufen? Ja, Melvin, auf dem Haufen! Oh, Henry ist aus dem Haufen ins Rutschen gekommen... ...und hat sich dabei den Arm gebrochen! Keiner mag dich melden! Und ich weiß warum! Geht jetzt! Keine weiteren Fragen! Ja, ich weiß, ich weiß! Ach, Gue jetzt BU Vielen Dank.